So ging es unaufhaltsam vorwärts, schreiend, pfeifend in eine Richtung. Endlich wurden wir ganz vorne an der Front eingesetzt. Mein unerschrockenes Vorstürmen zog die anderen mit. Fahr von Mirand aus um 4 Uhr Nachmittag weg. So kannst du am Bahnhof Orsay in Paris um 8 Uhr in der Früh ankommen. Schick mir eine Karte in einem verschlossenen Umschlag, damit ich den Tag deiner Ankunft erfahren kann. Ruf. Musst du den Zug um 12.45 Uhr nehmen, um in Porta-Bensan um 16 Uhr anzukommen. Ich werde jemanden zum Bahnhof schicken. Du wirst sehen. Unser Wunsch wird in Erfüllung gehen. Mehr sofort. Kaum zu glauben, dass wir dem Feind nur wenige Meter gegenüberstehen. Überstehen.